Ja moin moin, willkommen zu seiner neuen Folge von Minecraft. Wir sind immer noch zu viert. Der Tim, der Dennis, Kiatitsche und ich. Wet. Was steht da jetzt? Was baue du, Mollucke? Geh raus, da. Mollucke. Ja, wir stehen jetzt gerade vor Dennis, seinem Haus. Sein zukünftigen Haus. Ey, warum machen wir uns? Das ist mein Golem, nicht töten. Scheißegal, den kannst du immer wieder bauen. Nein. Was ist das? Kannst du immer wieder bauen? So, tot. Oh, Mann, du bist da. Wieso droppt der denn eine rote Rose? Was ist das denn in der Logik? Nein. Ey. Arschloch. Herrlich. Der hat meinen Golem getötet. Ja, ist doch egal. Ist egal, ich hab ihn voll gemocht. So. Achso. Lass es. Dann gucken wir mal, was Hatitsche so gemacht hat. Oder wir gehen erst mal zu Tim runter. Ey, lass es. Das haben sie in der letzten Aufnahme gesehen. Geh weg von mir. Och, Mann. Geh bitte weg. Das ist totaler Schrott hier. Geh woanders hin. Nicht böse gemein, aber verpiss dich. Ja. So, Dennis. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Sag mir, was ich machen soll. Ich helfe dir. Äh, kannst du mal Glas holen? Glascheiben. Kommt doch mal nicht. Ich hab welche bei. Achso. Umso besser, ne? Ja, einmal hier eine Glaswand längst ziehen. Hier vorne. So hoch wie jetzt gerade. Glasscheiben oder einfach nur Glas? Ja, ja, Glascheiben. Glasscheiben, ne? Dann mach ich mir mal gar nicht welche. Also, warte mal. Ah, ne. So zu überlegen, ja. Achso, jetzt hab ich hier nicht einen hoch genug. 48 reichen die erstmal? Ja. Ich muss mal was überlegen. Dann haben wir hier eine Glascheibenwand längst und um die Decke auch. Warte mal. Dann kann ich ja da Dings aus Dings machen. Dings aus Dings, genau. Bis oben hin. Äh, 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 ja. Okay. Okay. Anständen treppen. So. Ich müsste mal nur Waagerecht machen können, ey. Die Glasscheiben. Geht das nicht? Oha. Ja, genau. Jetzt bin ich eine Glas. Ja, egal. Ja, dann mach die weg, weil ich muss die, ich bohle, hier hin. Ich brauche hier hin. Also, ja, sowas müsste man Waagerecht machen können. Hä? Was sagt er denn? Äh, senkrecht. Ach, oder? Geht der gerade zum, unserem Glowstone-Zeug? Wer geht wohin? Hä? Was, wer geht wohin? Er sagt, danke für das ganze Glowstone, dann kann er nur unseren Finger, mein, mein. Ja, genau. Aber nicht mehr in der Mitte, da ist schon was Dunkel, oder? Nee, nee. Nee, das sieht man nicht, weil, wenn man es nicht sieht. Nee, nee, läuft alles. Nee, nee, läuft alles. Nee, nee, läuft alles. Nee, nee, läuft alles. Hier ist jetzt Nesserquartz genommen, ne? Das ist Nesserquartz, ne? Nee, 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 Nesserstein. Oder das Stein. Nesserquartz ist in weiß, das habe ich auch noch, aber habe ich nur 32 Blöcke. Wer hat man denn Glas? Gabstoffen. Ja, genau. Aber die Glasblöcke, die ich geschrieben habe, die muss weg. Autsch. Hä? Warte mal. Wicht an, ja. Er ist Nesserstein, keine Nesser Treppen machen. Und schreibt, wie ist es, was ich schreibe, bei mir, die Tiefel, wenn du einigst, auch auf dir lesen kannst, im Chat. Nein, weil ich alles gerade ziehen wollte. Sie stehen, der Stein treppen. Sebastian. Was, wieso steht, wo steht, Stern? Ich kann einen Stein treppen mitten in meinem Haus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist das der Masse, der geht da drüber? Über mich drum. Oh, der macht nichts Falsches jetzt. Ja, der will schon wieder provozieren. Aber das könnte ich ja auch so machen. Hey. Ich bin hier gerade mit dem Skeleten. Mit dem Skeleten, ja. Hasst du noch Glasblöcke, Sebastian? Glasblöcke oder Glasscheiben? Du. Glasblöcke oder Glasscheiben? Glasblöcke. Sag mal, Attica, anstatt dass du Marcel Hüls und ihn, und ihn fast töten lässt, ja? Hier, hinter dir. Helf ihm doch, aber ich habe kein Messer, äh, Schwert. Ich habe keinen Platz mehr. 14, na, okay. Dankeschön. Echt bitter, Attica, du hast ihn fast gefühlt, ey. Wie gerade umgebracht, die ganze Zeit? Nee, ich habe ihn fast umgebracht. Was? Doch, du hast mir einen Dreckblock auf das Skeletten geschlagen. Ja! Jetzt wird mir ein Schwert geschlagen, dann wäre das Skeletten tot und er wäre nicht fast gestorben. Oh, noch ein, hör. Nein. Mein Treppen aufsäuglein. Ey, Alter, wollt ihr mich verarschen? Der Schwerkraft zum Opfer. Sie liegen all seine Sachen. Sie überziehen uns jetzt hier. Ey, wieso ist hier, wieso ist hier bei uns ein Zombie drin? E.J., du bist gerade so toll angegriffen von ganz vielen Zombies. Ja, das tut, ich habe kein Messer. So, das war nackter Zombie über mir, er war splitternackt. Ich komme runter. Kommt er klar? Ich kriege das hin. Okay, ich gehe wieder hoch. Ja, ich schlage die halt mit. Was schlage ich die mit? Mit einem Brot. Kommt er klar? Okay, ich gehe wieder hoch. Ja, man merkt sofort. Wo ist der Gurlem? Ach nee, ist er tot. Warte, Achtung, da sind die ganzen Level von ihm. Ey, ist komisch. Der Gurlem ist weg und schon kommen jetzt die Zombies hier. Der Falle auch. Sebastian kotzt erst mal schön. Ich wollte den Nether-Stein da wieder nehmen. Alter, warum ist denn hier oben auf einmal ein Skeleton, das hier rumläuft? Ich weiß, hier laufen Zombies auf einmal rum und alles Mögliche. Die Swarm-Ball-Teacher auf dem Dach. Ja, Tatsache. Was ein Zufall. Deswegen hatte sie ja damals auch immer den Gurlem bekommen. Nicht wahr, Dennis. Scheiß auf Problem. Brauch sie nicht. Brauch sie nicht. Brauch sie nicht. Ja. So. Ne, ich hab's nicht. Junge, wenn es weg ist, das wäre richtig bitter. Er hatte voll so'n Hardcore-Schwert. Warte, ich hab's nicht. Ich guck mal kurz. Guck mal, Tim, ob du sein Schwert hast? Ich war gar nicht unten. Doch, ich hab sein Schwert. Ja, dann schreib's, Tim, dass du's hast. Ist jetzt meins, kannst du ihm entschreiben. Ach, warte mal, ich muss gerade überlegen. Wie baue ich das größte Swarm-Ball? Ich brauche noch mehr Wolle. Übrigens, ich hatte die ganze Zeit ein Schwert dabei. Tim, ey. Der beste Fehler, den man als Deutscher machen kann, wenn man auf Englisch bitte sagt. Oh nein, Tim. Hör nicht, ey. Das ist... Ernsthaft? Hast du gerade wirklich Please geschrieben? You are welcome, heißt das. Mir scheißegal. Ich komme von einer anderen Generation, ey. Danke, Please. Ihr kleinen Kinder. Boah. Ja, ja. Das wäre ich immer so lustig, wenn ich mal irgendwie nicht so gut Englisch kann oder so. Das ist grobenschlechtes Englisch. Ich war halt auf der Hauptschule. Er hat nur studiert. Dieser Sebastian, der ist selbst total lebensmüdig. Ich springte immer von meinem Haus runter. Ich bin gerade überlegen, Sebastian. Ob ich jetzt... Was machst du denn da, du verschwende Scheiben? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Denn... Sie sind fast voll. Oh... Dennis... 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 Dein Name ist Dennis... wie war das jetzt mit dem Bild war auch besser bekannt als der Penis haben wir Leder Dennis was haben wir Leder meine Ahnung ich guck mal in der Liste das ist entworfen da das das Thema ist total toll mitten im Lied Werbung also echt jetzt das ist immer ein richtig kacke ne also man lässt erste Lied zu Ende laufen mit Werbung kommt ihr Spacken für die Leute die es nicht wissen der ist so schwul der hört nebenbei noch Musik die immer Musik wenn ich so voll die geilen Scheiben ey wenn man komplett durchsicht aber so ein kleiner Holzraum rumrum ist gut ja halt doch die Fresse so richtig toll dass die Musik auf dem Sender weiter läuft er wollte denn hier Steintreppen wegwerfen ja wer wollte wieso oder was NEIN Dennis schmeißt alles in den Flur rein wieso ist bei uns im Keller ein Skeleton wieso ist bei uns im Keller ein Skeleton mit hat es einfach drauf der Junge man roter ab ich hab keinen mehr nein stellen sich einfach zunehmend mehr und mehr Fragen gell ja ich hab welchen bei Dennis 3 3 was machst du muss kurz was machen mit deinem Blumen hast du noch mach mal gerne mal Knochenmehl ne komm her Knochenmehl äh nö was hier ich hab jetzt so'n Kauenhurt ja das ist der Titel die gibt grad Gas was brauchst du noch ich hol mal kurz selber ich find den Whitstone herrlich links rechts links hier hier Knochen links Oha Oha genau wie ne Treppe halt aussieht ja aber wie baue ich jetzt das nächste Stück aber jetzt mal ernst wie baue ich jetzt den nächsten Teil Wasserproduktion für Blumen an Blumen Alter äh ja jetzt musst du da wo willst du denn Treppe hinsetzen wo auch so dann musst du da hoch dann Stein setzen und dann da drauf so Deck mal schnell ein Stack Hosen gemacht hier in der Erde oder sowas ja genau und dann so nimmst du wieder die und jetzt machst du na äh genau das ist hier kein Crafting Table warte hier musst du zu mir hoch oder zu dir schnell ich geh wahrscheinlich schneller weiße Wolle hab ich auch nur noch so wenig hier gib mir Schere ich hol gar keine Wolle gib mir Schere 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 persönlich als Sklave John Lord genau für diese Folge und vielleicht auch die nächsten aber scheiße bis ich eigentlich kann noch einen Durchgang machen ich werde die Ruhe bald mal abreißen hier ok ich hab das mit der Treppe verstanden ich habe meine Zahnschmerzen angeblich Phantomschmerzen Weil du was für ein Mist Ich hab auch Zahnschmerz, jetzt schon wieder. Bisschen Mürre. Wacht das Wetter. Ne, wie ist das, weil ein weißes Zahn kommt. Das gefällt uns. Er hat den Stinkefinger umgebaut. Er hat aber ein dinges weh! What the fuck! Tschüss. Er hat einfach ein riesiges B, direkt vor unser Ausdruck aus dem Redstone gebaut. Lass doch jetzt einen, was so lustig. Nein. Ich bin Spaß befreit. Tim, ernsthaft? Geht ihr für Bayern oder was? Ich hab dafür keinen Plan. Wir würden bestimmt. Vor allem ist es auch noch rot, Vivi. Die Bayernfarbe. Hä? Fisch dir das B. Klar, B, Elfi. Schatzi, falls du es nicht gecheckt hast. Oder tust du nur so. Fuck you. Oh, Tim, ficken unter unser Gebiet. Wie ist unser Gebiet? Es ist ein neutrales Gebiet. Es gibt kein neutrales Gebiet. Du warst ja in den 15 Folgen nicht da und hast mitbekommen, dass wir hier... Ja, Tim, egal! Ernsthaft? Irgendwann das nervt! Immer so dieses behinderte... Wer hat die dickeren Eier? Halt doch die Fresse! Irgendwie ist es schöner, wenn er die nicht dabei ist. Denkt ihr? Ja. Als wohl, Dennis. Diese dickeren Eier. Hat Marcel doch eh keine Chance. Wollt ihr das denn wissen, was für Eier der Marcel hat? Der ist minderjährig. Aber nicht so heißen. Dennis? Ja. Wo bist du? Ich bin gerade unten im Lager. Ich komme zurück. Danke. Ich gebe den Durchgängerbaut. Die Kiste müsste irgendwann mal weg. Aber... Oh! 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 Symbol... Is meaningless. Hör mal auf. Meine Rüstung kaputt. Mein Helm ist auch gleich schon kaputt. Der ist verzaubert. Das ist scheiße. Was machst du denn, Tim? Was war das? Was war das? Keine Ahnung. Äh, ich habe ein Problem. Bei dir spawnen die Monster. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass da einer ist. Hast du das Feld kaputt gesprengt? Ja! Nein! Ich konnte doch nicht... Nein! Du hörst immer zzzz und dann musst du wegrennen. Du! Ich habe... Vielleicht eine Millisekunde gehört. Es hat direkt Bogen gemacht. Du, Sebastian. Jetzt hast du was zu tun. Und der Geigen ist so... Oh nein! 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 Es tut mir so leid. Es tut mir unglaublich leid. Es tut mir unglaublich leid. Es tut mir unglaublich leid. Und der Geigen ist so... Mein schönes Feld. Tim ist gerade out of game Der hat gerade zu tun Du baust jetzt eine riesige Wand aus Dreck Anstatt dass du das einfach abbaust Nicht abbauen Könner er denn mehr Tim? Ja Bisser Tietje Du schreist hier rum Mach's dir jeden blöd an wenn du nur irgendwie Spaß hast Dann zerstörst du das Feld von Sebastian Wer ist das Problem in deinem Leben? Wir angeblich Tim ich war Level 30 als Maul Das ist doch total scheißegal dann musst du es einlösen Oh 3 4 Ja ich wollte das noch einlösen So Fels ist wieder heile Wo ist mein Schwert? Weg Wir müssen das wirklich zerstören Weil nämlich wir haben in den Aufnahmen gesagt Dass wir unsere Regeln ab jetzt gelten lassen Weil das unser Service Genau das müssen wir auch durchziehen Sonst sind wir auch irgendwann nicht immer authentisch Was der macht da unten irgendwas Was der macht da unten irgendwas Weiß Er geht grad rüber zu uns Was macht der denn da? Wir haben es im Wasser gebaut auf neutralem Boden Wir haben nichts an Land gebaut Ja Mal unterscheiden Blau? Ja 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 La Ja Ja Das wird immer crazy Super crazy awesome ja Aber ist mir scheißgebar Junge er war dabei der will ich hier rausgucken ich weiß es gar nicht K K DJ bautet ihre zweite Plattform Aha Können wir vielleicht auf die Zeit gucken ne Ah ja Was ja eigentlich Deines Spruch ist Was denkt ihr denn Zu lang Ja genau 24 Minuten Oh man der arme Sebastian Ah ja Schau mal die guten Folgen Gut Sebastian, beende die Folge Na gut Tim sagt ich beende die Folge Ich mache es Bis zum nächsten Mal tschüss haha mach's auch sie ist durch tschüss 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 tschüss